Nur wenige hundert Meter entfernt vom Alpine Center in Bottrop kann man Indoor Skydiven, also drinnen Fallschirmspringen. Und für euch teste ich das jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leer-Flaying ist das Kind of Human-Dreams, wie es ever ist. Stefan kann es sagen, es ist nicht Wasser, es ist nicht running, es ist nicht alles, es ist nur ein anderes Element. Es ist nicht natürlich, aber es ist definitiv awesome. Was kannst du uns erzählen über Stefan's Flying-Skills? Können wir ihn Professionals nennen? Es wird knapp sein, dass man Professionals sein wird. Ich denke, das nächste Mal, du musst einfach ein bisschen strechen, weil du immer ein bisschen nach vorne gehst. Und du bist super stabil. Du musst einfach relaxen deine Arme ein bisschen mehr. Und dann bist du ein Professionals. Das war auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis, allerdings mit 49 Euro für zwei Minuten auch nicht ganz billig. Der Kollege im Windkanal hat mir eigentlich gesagt, ich soll die ganze Zeit entspannen, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt ganz schön kaputt und deswegen suchen wir jetzt mal was, wo ich ein bisschen ausspannen kann. Bis zum nächsten Mal.